Es wird wirklich schaurig, denn wir bekommen eine Menge, Menge cooler Drops, wie zum Beispiel von Jurassic Park. Außerdem sehen wir von der Addams Family erste Collectibles, sowie den Ghost Rider und noch eine weitere Series der USPS mit animierten Briefmarken, die wirklich sehr, sehr cool aussehen. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG und heute zum Samstag mit einem Update-Video mit den wichtigsten Dingen, die du da draußen wissen musst. Deswegen unbedingt den Kanal hier abonnieren, dass du da draußen auch keine Jobs verpasst. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal wirklich die nächsten Tage an mit sehr, sehr spannenden Drops. Starten würde ich in das ganze Video aber gerne mit einer Warnung für alle Leute, die auch Omi halten und zum Beispiel auch Omi kaufen. Es wurde auf CoinMarketCap eine Scam Exchange gelistet, deswegen passt auf jeden Fall auf. Kauft auf jeden Fall bitte nur auf vertrauenswürdigen Seiten, wie zum Beispiel BitForex oder auch OKEX. Da kann man auf jeden Fall sicher sein, dass man dann Omi's dann auch definitiv bekommt. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns den nächsten Drop an von der Addams Family, der am 31. Oktober um 17. deutscher Zeit droppen wird, mit insgesamt drei Collectibles und ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz hier dazu den Trailer. Diesen Drop bekommen wir, wie gesagt, zu Halloween selbst. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der gesamte Drop ankommen wird. Für mich persönlich wird es aber sehr wahrscheinlich ein Skip werden, auch wenn die Collectibles an dieser Stelle sehr cool animiert sind. Und es ein sehr interessanter Weg ist, den Vivi hier zusammen mit MGM geht. Jurassic Park erlebt auch ein Comeback und zum 30. Jubiläum darf hier natürlich auch kein Drop an Vivi fehlen und dementsprechend bekommen wir hier insgesamt vier Collectibles in die App. Und zwar nämlich am 4. November um 17. deutscher Zeit und diese sind meiner Meinung nach wirklich extrem cool. Ich zeige euch hier wieder den Trailer. Für mich persönlich definitiv ein Drop, den ich mitnehmen werde, wenn hier auch der Listenpreis stimmen wird von in etwa 40 Gems, weil ich einfach diese Collectibles extremst feiere. Es ist recht, das Tor zum Jurassic Park gefällt mir extremst gut. Genauso wie auch der T-Rex, der ja interaktiv ist, wo man zwischen dem Skelett und dem originalen T-Rex wechseln kann. Für mich persönlich extrem, extrem cool. Ansonsten schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne auch deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Als nächstes kommen wir zum Ghost Rider Comic. Das hatte ich ja schon mal im letzten Video angesprochen. Jetzt schauen wir uns aber noch ganz kurz die Drop Details an. Das Ganze sehen wir am Montag, dem 30. Oktober um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze hier mit fünf Covern. Unter anderem natürlich hier eine Limited Edition. Und wir werden hier natürlich auch wieder exklusive Rare wie auch Ultra Cover bekommen. Für mich persönlich das Ultra Cover einfach extrem gut. Ich werde mir das definitiv auf dem Marktplatz dann kaufen. Ansonsten haben wir eine Edition Size von 6.000 Stück, einen Listenpreis von 7 Gems und hier auch die First Appearance of Danny Catch als Ghost Rider. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz hier die Go Collect Daten an. Bei einer 9.8 gerade mal 260 Dollar. Man muss aber auf der anderen Seite auch die gegradeten Comics sehen. Da sind wir nämlich insgesamt bei 852, was tatsächlich schon relativ viel ist. Nichtsdestotrotz für mich persönlich ein Skip. Ich werde mir aber die Ultra Definitiv im Marketplace holen. Und ich würde sagen, wir bleiben direkt auch beim Ghost Rider. Und zwar nämlich auch am Montag, aber um 19.00 Uhr deutscher Zeit. Denn hier sehen wir den Ghost Rider als Collectible. Und das tatsächlich noch animiert und auch mit Sound. Und wie ihr hier unten seht, das Ganze ist eine Ultra außerdem. Und wir werden hier eine Edition Size von gerade mal 1.200 Stück bekommen. Unter anderem hier einen Listenpreis von 50 Gems pro Collectible. Das Ganze natürlich auch eine First Appearance. Für mich persönlich wahrscheinlich auch eher ein Skip. Aber ich werde mir das Collectible definitiv auf dem Marketplace kaufen. Und es geht weiter und weiter und wir kommen zu einem weiteren Drop. Und zwar nämlich von der USPS. Und diesen werden wir schon jetzt am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Das heißt schon morgen. Und wir werden hier insgesamt vier Briefmarken in der animierten Version bekommen. Finde ich persönlich extrem cool. Weil es so den Briefmarken meiner Meinung nach auf jeden Fall einen guten Catch gibt. Erst recht zu Halloween macht das sich bestimmt sehr, sehr cool im Viviverse oder auch im Showroom. Zukünftig dann wahrscheinlich eher im Viviverse. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze auf jeden Fall mal ganz kurz an. Als erstes bekommen wir hier die Black Cat als Rare. Das Ganze hier immer ein Listenpreis von 6 Gems. Und deswegen für mich persönlich auch ein Drop, den ich mitnehmen werde. Einfach weil es halt coole Briefmarken sind und 6 Dollar jetzt an dieser Stelle auch nicht super viel sind. Ansonsten haben wir eine Edition Size von 2066 Stück. Und natürlich eine First Appearance bei jeder Briefmarke. Als nächstes haben wir dann die Spider. Hier haben wir auch eine Edition Size von 2066 Stück. Als nächstes kommen wir dann hier zur Batz. Das Ganze wird ein Ultra sein und eine Edition Size von 1666 Stück haben. Als letztes haben wir dann hier noch Ghost als Silk Rear. Das Ganze wird eine Edition Size von 666 Stück haben. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig von dir über ein Like freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.